Das kann euch aufhalten, wenn ihr zusammen kämpft. Nichts. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Los geht's, Hüter. Mach sie fertig. Zone C verloren. Der Feind hat den Zonenvorteil. Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. 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 Was, den Gegner Einhalt geboten? Drei Minuten, du liegst in Führung, bleib stark. Drei Minuten, du liegst in Führung, bleib stark. 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 Das sehe ich gern. Zone C erobert. Du liegst in Führung, bleib stark. 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 Nur noch eine Minute. Du weißt noch 30 Sekunden. Zone A erobert. Du hast den Zonen-Vorteil. 10 Sekunden. Zone C erobert. Du hast den Zonen-Vorteil. Du hast dem Gegner Einhalt geboten. In der Mehrheit liegt die Krafthüter. Zone A erobert. Der Zonen-Vorteil liegt bei dir. Zone C erobert. Und wir haben ein Power. Noch 5 Minuten. Beifersung. Die Zone C erobert. Der Zonen-Vorteil liegt bei dir. Zone A verloren. Sie haben den Vorteil. Zone A verloren. Die Zone C erobert. Der Zonen-Vorteil liegt bei dir. Die Zone C erobert. Der Zonen-Vorteil liegt bei dir. Zone B erobert. Der Vorteil liegt bei dir. Zone C erobert. Der Zonen-Vorteil. Zone B verloren. Ihr Feind hat den Zonen-Vorteil. Zwei-Fach erwischt. so nebi verloren der fein hat den zonen vorteil du bist monster zum frühstück da sollte ein kampf vom territorium